Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Trouble in Terrorist Town. Wir spielen die Mabel Kluisee und mit dabei. Ich habe ein paar Leute eingepackt und für die sie nicht kennen, das ist als erstes Teddy Gun. Moin Moin. Dann haben wir Christine Gold dabei. Moin. Dann haben wir auch den Mindjack 4000 das erste Mal dabei. Mindjack reicht. Okay, dann Steve Reller. Du mich auch als er. Nein, als Steve natürlich. Dann auch noch Katsu Mila. Hallo. Dann haben wir Queen of Madness. Hallo. Mein Name ist Atabum und die Runde ist damit teilgegeben. Töten euch. Ich schneide euch ab. Rennung kill. Massaker. Let's get ready to rumble. Oh nein. Was ist eigentlich die Weisung von Massaker? Massaker? Massakina? Was? Was? Leute? Ein Massaker, zwei Massaker, drei Massaker. Wie viele T-Rater haben wir? T-Rater. Wie viele T-Rater haben wir? Ich glaube zwei. Müssten zwei sein. Dann sind sie Frauen. Dann sind sie Frauen. Ey, warum? Warum? Wieso Chris Gold und Steve? Ja, also Chris und Steve. Ja, von den anderen beiden weiß ich nicht. Bei mir wurde jemand erschossen, glaube ich. Ja, dann. Ich frage mich. Wo bist du? Oder auch nicht. Einfach nur gegen ein Stück. T-N-E-C-O-N-N-E. Nur mal so als Info. Ich habe gerade bei Innocent zurückwärts gelesen. Oh! Alter. Heißt das Innocent ab sofort? Ich habe I. Wenn du E verstehst, Alter, dann kann ich nichts dafür. Das ist ein Emocent. Ein Emocent, du Micha auch. Das ist auch interessant. Und schon habe ich einen Titel für den Part. Okay, hier ist was hochgegangen. Alter. Noch was. Ja, da ist was hochgegangen. Also ich weiß jetzt schon, wie ich den Part nenne. Perfekt, Alter. Danke. Lade, lade. Lade, lade. Lassen wir das Licht an. Ach. Druckst du F, dann hast du Taschenlampe. Wo ist das Problem? Da. Das war nicht meine Idee. Wieder anderen mit. Ah, aber ich weiß nicht, machen wir das weg. Und nimm den Striker dafür auf. Nee, ist klar. Ich habe... Ich habe eine Insel. Wer will sie? Niemand. Und ich schmeiße sie in den Raum. Hier nicht reingehen. So. Immer diese Türen zumachen hier. So viel zum Thema. Wir sind immer die Bösen. Ja, ist so. Ist auch so. Gar nicht. Wie war das mit Türen zumachen? Ich habe einen Schaden gekügt. Hier hat sich jemand... Oder wurde jemand wiederbelebt? Hallo. 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 Alter, warum soll ich das denn gehört? Alter, mein Jack, warum bist du da gehört? Da ist schon mal ein Schaden. Ein Chris ist der eigentliche, der nicht gehört ist. Hier, bleib mal stehen. Hier hinter dir. Da unten. Wenige. Kannst du aufheben. Herzlichen Dank. Mein Jack, befrieden sich selbst. Okay. Ich gehe da mal hier zusammen so zack. Das halte ich mal von Hürrich. Da ist jemand gestorben. Hab ich gehört. Hier kannst du mal Katsu heilen. Hey, mich mal. Leiche. Da hinten liegt wer? Und ich hoffe mal nicht, dass es... Oh, der Match. Äh, warte mal. Ich hab's doch hier. Atta. Kannst du nicht? Ich hab die Golden Eagle. Musst du machen. Ah, okay. Ähm. Okay. Hallo. Hi. So, mein Teddy wieder. Er ist innocent. Hast du die Kurve nicht gekriegt? Nochmal. Engelich. Lauf noch. Teddy, der Engelich hat seine Waffe. I'm Queen. Siehst du? Äh, nee. Nicht Hallo. Tschüss. Danke. Oh, nee. Du schießt mich jetzt an. Bäh. Hedge on. Such deine Mörder. Töte ihn. Ich war's nicht. Ich würde es selbst gut machen. Ein Ertrater hat sich einen Melonauter gekauft. Einen Leer. Er sagt jetzt Leer. Er hat sich einen Melonauter gekauft. Irgendwo hier eine Leiche war. Bei den Melonenpreisen. Ja, unten liegt eine. Ein Stieg liegt unten. Ja. Und das war ein Double Barrel. Warum gibst du das? Hä, wo ist Teddy? Ich bin doch hier. Oh, sorry. Ja, oh, sorry. Ja. Ist okay. Steve ist tot unten. Ja. Teddy, du darfst nicht mehr quatschen. Du bist wieder überlebt. Achso, ja, stimmt. Entschuldigung. Ich würde sagen, da war eine Fake-Lächle und er ist explodiert. Da wurde mal überwöhnt und er hat es gut gemacht. Äh, geht's. Äh. Nee, wer war's denn jetzt? Ja, ich. Hör mal, was soll ich mit meinen Kammern machen, aber ich mache überhaupt keinen Schaden. Bomben legen. Chris, du musst eine Bombe legen. Wenn ich mal überlege, Chris mag die Double Bubble. Normalerweise macht die One-Shot, wenn du die beiden hintereinander schießt sofort. Aber er, wie viel Schaden hat er gemacht? Nicht viel. Wie viel Schaden hat er gemacht? So viel, dass es Teddy in die Uhr gibt, das ist noch nicht schlecht. Ich habe fünf verloren oder so. Ja, zum Beispiel, weil er hat ja auch nur 551 Karma. Wie viel Prozent Schaden machst du? Drei? Vier? Wenn überhaupt. Ich weiß nicht, das ist so eine Vermutung, ich glaube bei 100K macht man 10% weniger, dann kannst du ja auch rechnen, ne? Wenn man damit... Ja, aber wenn es danach geht, dann macht er ja schon knapp 50% weniger Schaden. Nein, deswegen wurde jemand runtergefallen. Ecke. Warum fällst du? Ich habe die Fallgesucht. Achso, okay. Du denkst dich so, I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can touch. Alter, hier fliegt Alex. Äh, ja. Ich stelle keine Fragen. Das ist vielleicht sogar besser. Das ist vielleicht sogar besser. Ich will gar nicht wissen, was da oben auf dem Dachboden abgeht. Hier auf dem Dachboden ist nichts los. Was? Was machst du mit dieser kommenden hässlichen Vase? Vielleicht ist sie schön für ihn. Er liebt sie. Er liebt sie. Er liebt sie nicht. Er liebt sie. Er liebt sie nicht. Er wird geschossen irgendwo. Ey! Ich habe auf die Vase geschossen. Ich habe auf die Vase geschossen. Aber diese Vase könnt ihr echt nicht leiden. Die sind immer noch rein. Eine Schweigeminute für diese verlorene Vase. Was der Teddy weiß. Ja, das ist Shotgun. Ich habe noch eine Garnilie in der Hand. Ich darf hier ernsthaft zickzack laufen bei stehlenden Leuten. Das ist immer super. Dann dürfte ich den jetzt abknallen. Nein, darfst du nicht. Du machst sowieso kaum Schaden, Chris. Das bringt nichts. Schießt du, schieß ich zurück. Wenn du schießt, gibst du dir 9 Lebenspunkte wieder. Also das war gerade mal 6... Jetzt habe ich noch 89 HP, Chris. Ah, da zieht ja viel ab, du. Oh, sowas, Son. Guck mal, dann kriege ich ja auch mal. Wo schießt du denn auch irgendwo hin, Chris? Chris, du machst dich sehr verdächtig machst du dich, Chris. Ich habe keine Money mit Turm mehr. Manipulation? Manipulation, meint er wahrscheinlich. Keine Manipulation mehr, meinst du? Kein Money mehr. Lädt Kasu noch? Ja. Wo bist du? Er macht doch YouTube und er hat kein Money mehr? Oben. Oben. Ja, ich habe nämlich dein Baby gefunden. Hast du aber verloren, hier. Ich möchte kein Baby. Warum nicht? Ist doch deine Baby born. Warum sowas? Komm schon. Also ich kann gut mit Kindern umgehen. Flieg! Also ich möchte niemals, dass du Vater wirst. Niemals. Okay. Unten im Keller. Was wird das, Chris? Warum schießt du in den Arm? Ich wollte eigentlich sagen, Grundleuchte, aber mehr als Kram nix mehr. Alter. Das war mal knapp. Das könnte Queen gewesen sein. Ich sag ja Queen. Nein, das wurde angeschossen. Das fällt mir runter, wenn man den Finger drückt. Echt? Echt? Okay. Okay. Gut dann. Du stehst da so super im Weg, du weißt du das. Wehen, du bist voll weggebackt. Chris Gold spiele ich wieder mit großen Dingen. Weil er selber nichts großes hat, Alter. Oh, der war schlecht. Da rede ich immer von Erfahrung. Bist du mehr? Also da schiebt er wieder von dich auf andere, also. Ach stimmt. Hier. Bibi ist ja die Frau, ne? Richtig. Was? Hier euer Bibi. Hallo Bibi. Was soll ich damit? Das war doch deins. Was war deins? Das ist euers. Das habe ich jetzt euch gegeben. Nur weil du es nicht mehr willst, oder was? Warst du? Ja, hier. Ich bin ganz lieb zu dir. Heilst du mich? Hm. Also wenn die Traitor noch so weiter warten, ne? Okay. Was war das denn jetzt? Wer auch immer das Licht ausgemacht hat. Queen. Queen. Wo, wo? Ja, wie oft muss Queens Name denn noch gesagt werden, damit man es endlich heilt? Vielleicht meint er Green, Greenpeace oder Green Mile oder Green Bay? Der schießt nicht. Ja. Ja, das hatte ich dann mal erledigt, würde ich sagen. Kenn ich, Queen? Ich hab's gesagt. Wer warst du jetzt? Ja, schön ist es immer da. Ich finde es eigentlich cool, dass es mal eingeführt ist, dass man sich nach der und immer noch killen kann. Hahaha. Das vermisse ich auf unserem Server ein bisschen. Hahaha. Kann ich kurz sagen? Könnte ich auch da fragen, oder? Auf unserem Buggy-Server. Hahaha. Alles noch von Buggy-Server. Hahaha. Das muss ja keiner wissen. Na gut, das ist auch keiner weiß. Schon, dass keiner weiß, dass der... Alter, wer hat gerade noch ne, 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 was war nicht angehängt? Ich hab die irgendwie random nach oben geworfen. Ja, zu, du hast, du hast ja nicht geklebt. Ernsthaft? Ich bin ein heißer Typ, ich bin ein explosiver Typ, aber ich steh nicht so auf eurem Fode. Alter, warst du noch in einer anderen Runde? Ich werfe einfach so ne Plasma, du, du, du stirbst dadurch ungewollt? Das ist doch ne ganz alte Folge? Du bist voll sauer so. Ich dachte, ich verback' gerade hier auf dieser ... Ja, ich schmeiß meine Waffe weg, das ist sehr schlau. Atta ist tot. Ernsthaft? Dann hat er es auch verdient. Dann wundert's mich auch nicht, warum er nicht geantwortet hat auf meinen Text. Jetzt weiß ich auch warum. Und ich wundere mich, der sagt nichts und sagt nichts und sagt nichts. Die Frage ist ja, wo ist dann Atta, wenn er dort ist? Ah, Queen? Ja? Ah, ich komme nicht raus. Äh. Das piept hier irgendwo. Ja, ich dachte, ich hätte ... Ich meinte, ich habe sowas auch kurz vernommen. Ich war mir aber nicht ganz sicher, deswegen habe ich erst mal nichts dazu gesagt. Ja, keine Ahnung, ich habe so piepen gehört. Nein! Das war Fallschaden. Autsch. Ab die Bombe! Hast du sie auch? Ja, nein. Okay, dann weg. Ja, ich versuch's. Aber wir haben noch 23 Sekunden. Ich versuch's immer zu disarmen. Komm schon, du schaffst es! Du schaffst es! Na, Bibliothek. Abs. Gut. Au! Jetzt habe ich mir noch zwei HP. Danke sehr! Ich habe jetzt Fallschaden. Ich habe es überlebt und ich stand daneben. Durch Fallschaden hatte ich nur noch 40 HP, durch die Aktion ist nur noch zwei HP. Äh, warte, bleib! Äh, was? Warum tötest du? Äh, keine Ahnung, warum stehe ich in der Wand? Oder? Was zum Teufel ist ja los? Entschuldigung! Der Deathringer. Neue! Laue ist weg. Griss Gold! Oh, schon wieder. Hey, ich habe nur noch so wenig Leben. Witzig! Alter, dieser verdammte Deathringer! das ist nicht toll so mit wenig kam es weiter sein oder warum gesteigte wieder der schaden steigert die macht mir gerade leichte sorgen der ist so im bad der wolf von vorne reichen weniger damit wir eine chance haben so das ist der grund los hat leider vergessen dass er so schlecht jetzt bin ich mal die zesor ja manchmal die zu binden hat da hat da hast du Angst los hast du vorsichtig kommt hier kommt sie kommt hinter dir ist eben der dings runtergefallen der dinge hat die musik kann auch ausgehen dann habe ich das gefühl dass es wieder kris ist ich hab doch nicht und er handkraft mich auch noch katze auch noch werden und messen unten bei den leuchtern aber kris war auch oben also von daher hat man einiges an schaden gemacht mit dem wie lange mein kammer kommt wieder damit ich besser kriegen kann das kam mal chameleon so hier ist es noch mal das problem ich habe mir eine andere waffe geholt ja ich habe meine waffe eben aufgenommen bis du dann gehandcraft wurdest danach habe ich eine waffe aufgenommen aber das geht eigentlich nicht wenn du gehandcraft bist oder nicht ja nur circa 30 sekunden oder so ja 20 warum ist die schade heute fast tot weil ich runtergeflogen bin ja chris ja alter chris wie wie hörst du mal hin wenn du ihn wieder im spekt findest echt fast tot ja echt fast tot so wie ein zombie ne auch falsch echt ey wie du killst mich dann hau ich dich wie willst du das machen das will ich sehen das will ich wirklich sehen willst du das ja ich meine wenn er tot ist ist dann auch noch jemand sagst du das schön ne das wär aber mich wenn ich die gekillt hätte ach weißt du weißt du mit schon mal wieder alle hier so schön obwohl bin ich besser weil lebt chris noch oder ist ja schon wieder runtergefallen ne also viel blut kann auch nicht normal sein auf der märkte auf damit der kann nicht bei langen gehen knall die weg was ist hier noch der will ich an karten ich glaub das bist du oder nicht nja wen hab ich denn jetzt geentrafted quids was machst du da drinnen versteck dich doch nix irgendeinen muss ich hab ich nicht was green ist traitor hab ich das gefühl weil sie enorm lange brauchen um irgendwas zu machen und immer mal wieder stehen bleibt und einfach nur jetzt kannst du nix mehr machen komisch ist da richtig geguckt queen kann grad nix machen die hat keine waffen mehr die hat keine waffen mehr und das queen die queen kann grad echt nix machen der oooh was allein das ist mein schlatsamer weg hier ja und glaub ich nicht wer schießt ey so was ist das weil du rumgeschossen hast also ja hier auf ne vase ja und das heißt nicht dass du die arme vase anschießen musst du hast auch ne zeitlang immer geentrafted also mecker nicht rum doch tue ich wie kann man doch überhaupt noch eh weißt du wenn der traitor kommt und mich abknallt ich weiß ich kann mich noch nicht mehr wehren nur wegen dir ach komm hier hast du die usp freudig und back den an ja jetzt ist er weg das ist die bestrafung was der mit hatte aber ne waffe wieder als also bitte keine waffe die waffe ist weg ich hab dir die doch zugeworfen wer hat die denn wenn du eigentlich angekraftet bin gehen die waffen weg wie man gestorben ich glaube chris ist tot oder nein nein der hat sich vor mir hat er verfolgt nicht nein niemand ist gestorben dafür wird es angehört angehört ja ich suche ne Waffe irgendwo ist bestimmt nur einer ich lass das jetzt auch mit dem Handkraften dass wir ein bisschen trennt euch mal ein bisschen von aneinander damit es für den Trailer vielleicht leichter wirkt mal aber hier liegt auf dem Fall Blut ich weiß nicht hat jemand eine Leiche im Keller damit ich jetzt mal keinen ja ich aber das soll keiner wissen achso ja ok dann sag ich's auch nicht genau na Queen schießt schon wieder so alleine hier oben da drin mit irgendwelchen Ecken ja sie schießt auf dich wer wer schießt auf dich was kann man da ran ne wer war das wer hat auf ach er ist bestimmt down hi wer schießt jetzt auf wen bestimmt die Queen so viele können jetzt nicht mehr leben ok wer war's wer war's jetzt Queen Queen ok da war es ja immer gut dass ich so kurz gehandkraft habe wer war der zweite super es gibt keinen zwei es gibt nur eins das musst du mal umstellen wir hatten noch eben bei sechs nein wir hatten die ganze Zeit nur einen was das war doch eine Zeit lang auf zwei gestellt soweit ich weiß einmal ich will nicht mehr gefesselt sein ich will nicht mehr gefesselt sein es dürfte du sagst du bist das außerhalb der Runde immer noch hä ja jetzt nicht mehr was so lange hält sich das ja 20 Sekunden ja aber das ist auch nachdem die Runde zu Ende ist und ne neue Lied immer noch ist wundert mich ähm ja das hast du zum Beispiel auch wenn du als Traitor ähm round over manchmal ähm unterwegs bist und dann ohja er hat mir schon wieder eine Bombe in der Bibliothek alle weg schön dass dass man Atta jetzt schön unterbrochen hat und ich es nicht ganz verstanden hab ähm mit dem Death Train das hat nicht geklappt mit der Leiche ja und die Runde in dem Moment aber zu Ende ist ja mit der Bombe kann es sein dass du ähm als Traitor gezeichnet wirst ok ich weiß nicht das ist an sich sowas wie eher so ein Bug kann man fast sagen ja ja klar mindjack ja ok ich hab's einmal gehabt bisher es hat nicht geklappt mit dem wiederbeleben hier wird irgendwo geschossen ich hab's gehört ja ich hab nur ein Kronenleuchter mal weg geschossen weil ich durch die Tür wollte ich find's übrigens witzig dass man hier einfach durch hier auf dem Geländer so durchlaufen kann so zack aaaaaaah habt ihr stehen Katzen? ah stevie war's glaube ich nein ich war's nicht nicht du hast aber dahin gezielt ich kann an dir vorbeilaufen du wirst bei mir die Musik nicht hören deswegen weil bei dem du die bei demjenigen den du die Musik hast der war das ich geh zuerst oder du ja wie du zuerst ja stimmt weil so ist das nämlich bei dem hörst du das dann ich hab gar keine gehört ja hallo hi warum bist du so stark verbundet ich muss eigentlich sein ich hab die Musikbekannten gehört aber wir passen die wir kommen da ok dann glaub ich dir das mal hallo Teddy Gun hallo grüß gold viel was meinst hier wird Chris äh am Ende der Aufnahme wieder die 1000 Karma haben oder nicht? das ist aber für die letzte Runde das die letzte Runde was? die letzte Runde was? also ich hab ihn doch schon schon die letzte? ja Zeit ist um aaaah au 87 kam er noch von wem auch immer die kam warum ist das so alt? das war weil ich die Treppen untergeflogen bin oben irgendwo das kam von oben wer ist das hier so viel Chris kam grad von oben oder? was kommst du grad von oben? ja dann kam auch von oben ja ich hab sie wieder gut von unten? ja ich werde im Keller ok auch du bist es dann ok ja ja klar wie wie? ja komm geh durch sonst komm ich da nie raus kann ich mich mal kennen wenn das steht teife Teddy ernst turft willst du erschossen werden einfach so von dem Inno? euer Karma das ist die letzte Runde ich habe das gesehen Chris das war eine Runde wir sehen wenn es euch gefallen haben sollte lasst was schönes da in der Videobeschreibung findet ihr die Links zu den anderen Kanälen und sonst wünschen wir euch einen wunderschönen Tag haut rein Leute du du got la fin ciao 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 ciao